Tam-Tam, Tam-Tam, geschrieben von Wilfried Liebe am 21. Juli 2010. In meiner linken Gehirnhälfte steht eine Wurlitzer. Wenn mir nach Tanzen ist, werfe ich zwei bis drei kreisrunde Gedanken in den Dollarschlitz. Dann bewegen sich Scheiben und Arme, waagrecht und senkrecht und ineinander. Aus dem elektrischen Strom kriecht die Stadt L.A. und surft mit schokobraunen TV-Stars an meinem Bettvorleger. Mein Haus ist umstellt. Braune Polizei nimmt mich fest. Die einzigen Freunde, die sie haben.